Ja, dann auch von mir recht herzliches Grüß Gott und danke, Herr Jenes. Ja, den Vortrag pauschal und die Unterstützungsgasse, Unternehmensgasse habe ich in die Überschrift gestellt, Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und zwei Subtitel darunter, das Thema Mitarbeiterbindung, Mitarbeitergewinnung und auch finanzielle unternehmerische Freiheit. Vielleicht zu meiner Person ganz kurz, mein Name ist Manfred Bayer, bin ja vorgestellt worden, bin Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beschäftige mich mit dem Thema seit 1991, damals noch bei Big 8 waren es damals noch, zwischenzeitlich sind es Big 4 Gesellschaften, seit 1999 hier in der eigenen oder in dieser Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit gut 20 Mitarbeitern, mit dem ausschließlich das Thema betreuen. Ja, ich habe gesagt Zukunftsfähigkeit von Unternehmen, Zukunftsfähigkeit von Unternehmen sind für mich wirklich zwei Bereiche. Das ist einmal der Bereich Human Resources, also einmal der Bereich Mitarbeiter mit allen Ausprägungen, sei es Mitarbeiterbindung, Fachkräftegewinnung, die uns, ja wenn ich mal Rückblick im letzten oder letzten zwei Jahre von ungefähr 60 bis 70 Prozent der Unternehmer, die das eingerichtet haben, als Hauptkriterium, ich kenne die wenigsten persönlich und nur teile persönlich, wir verwalten hier über 1000 Unternehmen, aber ich frage bei jedem nach, was war der Grund, warum das gemacht haben und das wird man immer im Prinzip immer das Thema, meistens genannt Mitarbeiterbindung, Fachkräftegewinnung, da gehört alles dazu, Image, CSR und die ganzen neudeutschen Themen und Anglizismen. Das zweite wichtige Thema ist das Thema finanzielle unternehmische Freiheit. Vielleicht ein Thema, das noch weitgehend unterschätzt wird vom deutschen Mittelstand oder wo manche Dinge vielleicht noch leichter sind, als sie eigentlich schon leicht sein dürften oder sie werden jedenfalls weitgehend unterschätzt und da geht es für mich um das Thema Liquidität. Für mich noch viel wichtiger, fast an erster Stelle, ist das Thema Liquiditätsreserve. Ich stehe die Liquiditätsreserve bei meinen noch über die Liquidität als solches, weil ich sage, was wir machen, das ist, wenn ich sage, so einen mehrstufigen Aufbau. Für mich ist Factoring das schnelle, das kurzfristige Geld, Leasing ist irgendwann mittelfristige Finanzierung und wir machen hier was ganz was langes, ganz langfristige Bodensatzfinanzierung und darum auch das Thema Liquiditätsreserven, Bankenunabhängigkeit, auch alternative Mittelherkunft, Vermietener Mittelabfluss, das heißt Steuersparen, solche Themen. Ja und warum sind die strategischen Ziele aus meiner Sicht so wichtig? Ganz einfach, weil wir in einem Geflecht leben von entsprechenden Rahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen sind bankenseitig, für mich zumindest das, was ich erlebe und berichtet kriege, restriktive Kreditpolitik. Zurzeit fließen natürlich Kredite wieder leichter. Ich glaube, ich komme auch wieder ganz andere Zeiten. Ich habe auch in verschiedenen Institute schon gewarnt vor Kreditklemmen vor schwierigen und stürmigen Zeiten auf dem Kreditmarkt, aber es erlebt jeder Unternehmer, auch wenn es Kredite gibt, die Kreditauflagen, die Sicherheiten, die Repressalien, werden eigentlich in der Tendenz immer schwieriger und immer schlimmer, beziehungsweise sind es auch in den letzten ein, zwei Jahren geworden. Dadurch, dass wir hier auch mit der Unternehmenskasse vor einem Instrument der betrieblichen Altersversorgung sprechen, muss ich in das Themengeflecht auch die Versicherung mit einbeziehen und die Versicherung mit betrachten. Und Versicherungsversicherung, Lebensversicherung, wie so üblicherweise eingesetzt werden, wir haben das Thema intransparente, schlechte Leistungen. Da könnte man auch wieder viel zitieren. Im letzten Jahr Öko-Test, eine interessante Studie, die von den meisten Versicherungen negative Renditen bis teilweise nur leicht positive Renditen berechnet haben. Viele Unternehmen sorgen sich auch, es sind in Versicherungen hauptsächlich Staatsanleihen drin, statt Realwerte. Ein Versicherer hat sie im letzten Jahr im Handelsblatt über fast eine Viertelseite feiern lassen, weil er acht Prozent Aktien drin hat und acht Prozent in Immobilien und nur die restlichen 84 Prozent in festverzinslichen und Staatspapieren. Und natürlich von den Rahmenbedingungen ist auch das Thema unternehmensseitig. Wie schaut es da aus? Wir sind halt einfach im Thema Mitarbeiterbindung und Fachkräftegewinnung. Und ich erlebe das von den Gesprächen aus allen Branchen. Es sind nicht bloß ITler, Ingenieure und solche Leute, sondern es geht bis in die Reinigungsbranche. Ich habe so Unternehmer schon gesagt, ich habe einen Basissatz von 20 Prozent Mitarbeiter, das sind meine Leistungsträger, die muss ich einfach halten. Es geht auch um das Thema Bestandssicherheit des Unternehmens in Krisenzeiten. Und da ist halt einmal ein Thema Liquidität und Liquiditätsreserve. Liquiditätsreserve ist für mich Ausdruck von auch Bestandssicherheit, auch von Krisenfestigkeit. Und natürlich das Thema betriebliche Alterssorgung, zu der wir ja gehören, die wird halt im Wesentlichen als Pflichterfüllung sehen. Betriebswirtschaftlichen Nutzen, personalpolitischer Nutzen, finanzpolitischer Nutzen, der wird zum Teil gar nicht gesehen. Ja, und die Lösung ist für mich, oder eine mögliche Lösungs- oder in einem verschiedenen Lösungsportfolio, ein Weg oder ein Baustein, um es auch zu unterstützen, ist für mich die pauschalodierte Unterstützungskasse. Sie haben es gesagt, ältester Durchführungsweg, den wir in Deutschland haben und der eigentlich ganz einfach und genial in einer Wirkweise ist.